Wir können doch nicht ewig auf dich wachen. Wir müssen doch fürs Festival proben. Dafür hätte mich der Bund ja freigestellt. Wir müssen doch auch Wochentags spielen. Wir müssen doch Geld verdienen. Verstehst du denn das nicht? Ist ja sowieso egal. Der Bund will mich nämlich für Manöverball haben. Manöverball? Als Sänger? Nie als Schlagzeuger. Ja, ich komme. Hey! Was macht ihr denn hier? Wir wollten dich mal besuchen. Schönen wir nicht. Wir brauchen dich fürs Beat Festival heute Abend. So, auf einmal. Hör mal, du musst heute Abend bei uns singen. Ihr habt doch Charlie. Nee, Charlie ist abgehauen. Ist aber Pech. Oh, was? Start weiter. Ja. Alles klar, Jan? Ja, sag mal, was machen die Susanne hier? Also pass auf, ich erklär's dir doch mal. Nächste Nummer ist da im Wahl und da schnappt die Susanne sich den Major. Ja. Ich geb dir dann ein Zeichen, dann kommst du rüber zum Schlagzeug, übernimmst das Schlagzeug und ich hau dann ab zum Beat Festival. Ist doch klar, oder? Ja, ist klar, okay. Ja, ist klar, okay. Jetzt müssten sie weg sein. Hör mal, das klafft nie. Wo kommst du denn her? Wer sind Sie denn? Ringo. Und wo ist der Kaiser? Geflogen. Holen Sie ein Schieb. Auf zum Beat Festival. Ist das jetzt dienstlich oder privat? Dienstlich ist es ernst. Privat können ich dich ja die Abwechslung. Also Dienst ist Dienst. Und wie ist die? will ich den her? Ja, nie. Mann sea. Ich bin schon ein Schieb im WLN-WL. Bezugeben. Versagt noch. Armisteung. dysfon ப ары ich